Das Bild der Gotik ist von den hochaufstrebenden Kirchenbauten geprägt, vornehmlich den Kathedralen. Spitzbögen, farbige Glasfenster, die biblische Geschichten erzählen, Fensterrosetten sowie Gewendefiguren an den Portalen charakterisieren die Gotteshäuser, die weit über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar sind. Der Begriff Gotik geht auf das italienische Wort Gotiko zurück. In Anlehnung an den Volksstamm der Goten erhielt der Begriff den Beiklang des barbarischen und fremdartigen. Der italienische Künstler und Biograf Giorgio Vasari prägte im 16. Jahrhundert den Begriff und er brachte damit seine ganze Verachtung für die mittelalterliche Kunst nördlich der Alpen zum Ausdruck. Erst am Ende des 18. Jahrhunderts begann man die Kunst der Gotik mit anderen Augen zu sehen. Anlass dafür war Johann Wolfgang von Goethes Essay über deutsche Baukunst. Von nun an war der Begriff Gotik kein Schimpfwort mehr. Erste gotische Kirchen finden sich in der Ile-de-France, dem französischen Kronland in und um Paris, das sich in direktem Besitz der Karpetinger befindet. Jeden Königsgeschlecht, das seit 987 in Frankreich herrscht. Von hier aus breitet sich die Gotik über das restliche Europa aus. Während der Regierungszeit König Philipp II. werden effiziente und kostengünstige Baumethoden entwickelt, die einen Boom kirchlicher Bauten mit sich bringen. Mit den Kathedralen von Reims, Amiens und Chartres gelangt der klassische gotische Kathedralenbau zu höchster Entfaltung. Die der Muttergottes geweihte Kirche Notre-Dame de Chartres ist der bedeutendste Ort der Marienverehrung im damaligen Karpetinger Reich. Heute zählt die Chartreser Kirche zu den am besten erhaltenen Zeugnissen gotischer Kathedralbaukunst. Die Kathedrale führt den Bischofssitz, die Kathedra, im Namen. Wie der Romanische Dom folgt sie dem Modell der mehrschiffigen Basilika. Auch sie gliedert sich in Langhaus, bestehend aus Mittelschiff und Seitenschiffen, dem Querhaus, der quadratischen Vierung und dem Chor mit der Absis. Die Absis ist um einen Chorumgang erweitert, an den sich Kapellen anschließen. Geschuldet ist diese Erweiterung dem Umstand, dass sich immer mehr Gläubige auf Wallfahrt begeben. Wallfahrten zu religiösen Kultstätten sind aktive Glaubensbekenntnisse. Die Pilger nehmen mühsame Fussmärsche auf sich, versammeln sich zu Gebeten und Andachten. Ziel einer jeden Wallfahrt ist die Verehrung von Reliquien. Als Reliquien gelten persönliche Besitztümer von Heiligen sowie Teile ihrer Körper. Sie werden in kostbaren Schreinen aufbewahrt, wie die Gebeine von Karl dem Großen im Dom zu Aachen. Eine der bedeutsamsten Reliquien des christlichen Abendlandes, einst im Besitz Karls des Großen, geht im Jahre 876 an die Kathedrale von Chartres über. Es handelt sich um die Sankta Camisa, jenes Hemd, das die Jungfrau Maria bei der Geburt Jesu getragen haben soll. Dieses Tuch ist das Ziel all jener Gläubigen, die nach Chartres pilgern, um die Mutter Gottes um Hilfe zu ersuchen. Von dieser Reliquie erhoffen sie sich Rettung und Wunder. Um der vielen Pilger Herr zu werden, leitet man sie durch das eine Seitenschiff zum Chorumgang vorbei am Altar mit der Reliquie und zum anderen Seitenschiff wieder hinaus. Ein weiterer Grund für den gestiegenen Platzbedarf liegt in der gesellschaftlichen Funktion der Kirche. Denn im Gegensatz zu heute wurden hier nicht nur Gottesdienste gefeiert, die Gotteshäuser waren Räume öffentlichen Lebens. Hier wurde Markt gehalten, es wurde Recht gesprochen, Versammlungen fanden statt, ja sogar Musik- und Theaterstücke wurden aufgeführt. Und es wurde gefeiert, die Kirchenweihe und der Geburtstag des Heiligen, der als Schutzpatron über die Kirche und die Gläubigen wachte. Um den Kirchenraum optisch zu vergrössern und mehr Licht ins Innere zu lassen, gehen die Baumeister dazu über, die massiven Wände zu durchbrechen. Im Modell wird diese Entwicklung deutlich. Die Mittelschiffwände, die bislang die Hauptlast der Gewölbe getragen haben, werden aufgebrochen. Möglich wird dies durch die sogenannte Skelettbauweise, bei der die Kräfte auf eine Art Wandskelett verlagert werden. Ein wesentliches Element dieses Stützensystems ist der gotische Spitzbogen, das prägende Stilmerkmal gotischer Bauten. Bei einem Gewölbebau drückt die Last der Steine zum einen nach unten, zum anderen bewirken die verkeilten Steine einen horizontalen Schub. Durch den gotischen Spitzbogen, der steiler verläuft als der romanische Rundbogen, werden die Druckkräfte steiler abgeleitet und die seitlichen Schubkräfte vermindert. Der Spitzbogen ist Teil des Kreuzrippengewölbes. Seine Diagonalen, die Rippen, tragen das Gewölbe. Im Kreuzungspunkt werden sie durch einen Schlussstein stabilisiert. Die Gewölbekappen, die keine tragende Funktion haben, sind aus leichten Materialien gemauert, wodurch die Drucklast verringert wird. Während die vertikalen Druckkräfte von Säulenbündeln aufgenommen und über Pfeiler ins Fundament abgeleitet werden, nehmen Strebebögen am Aussenbau der Kathedrale die seitlichen Schubkräfte auf und leiten sie über die Strebepfeiler nach unten. Darüber hinaus übernimmt das Strebensystem die Dach- und Windlast der Kathedrale. Häufig sind die Strebepfeiler mit Tabernageln verziert, in die heiligen Figuren eingestellt sind. Weitere Schmuckelemente gotischer Bauten sind spitz zulaufende Ziergiebel über Fenstern und Türen, Türmchen, sogenannte Fialen, sowie gotische Masswerkfenster. Die filigranen Fensterrosetten prangen fast immer über den Portal. Die gotischen Glasfenster erzählen die Schöpfungs- und Heilsgeschichte der Bibel. Sie übernehmen die Funktion der bisherigen Wandmalereien und eröffnen eine neue Gattung mittelalterlicher Bildsprache. Man kann nur ahnen, welche Wirkung die farbigen Glasfenster mit ihren biblischen Darstellungen auf die Menschen des Mittelalters ausgeübt haben, auch weil deren Wirklichkeit kaum von Bildern geprägt war. Das durch die Fenster einfallende Licht, das die Kathedralen ins Markgrün, Saphirblau, Rubinrot und Gold tauchte, mag ihnen ein Schein des Himmels gewesen sein, so wie man allgemein die gotische Kathedrale als einen architektonischen Ausdruck des Paradieses deutet. Das Fenster der blauen Jungfrau ist der Mutter Gottes gewidmet. Blau gilt dem Christentum als die Farbe Mariens. Dieses Glasgemälde verbindet das Gleichnis vom barmherzigen Samariter aus dem Neuen Testament mit der Erschaffung von Adam und Eva, dem Sündenfall und dem Brudermord von Kain an Abel. Zuoberst thront Jesus als Weltenerlöser. Das Fenster wurde von Schuhmachern gestiftet, die am unteren Bildrand dargestellt sind. Auch Vertreter anderer Handwerkszünfte sind als Stifter von Glasfenstern bekannt. So verewigten sie sich in der Kathedrale und schufen sich ein Denkmal. Hier sieht man Bildhauer bei der Arbeit. Die Bildhauer gehören zu den wichtigsten Handwerkern der Bauhütte. Als Bauhütte bezeichnet man sowohl den Zusammenschluss aller am Kathedralenbau beteiligten Handwerker als auch die Hütte, in der sie arbeiten und zum Teil leben. Ihr Arbeitsprinzip erlaubt eine effiziente Bauweise. Im Winter werden die Steine gehauen, die im Sommer versetzt werden. So spart man Zeit und vollendet die Kathedrale in nicht viel mehr als 20 Jahren. In den Bauhütten werden die Handwerker auch ausgebildet. Während einer Lehrzeit von vier bis fünf Jahren lernt ein Steinmetz beispielsweise, die Steine in die richtige Form zu schlagen. Danach geht er für einige Jahre auf Wanderschaft und heuert als Geselle bei einer anderen Bauhütte an, wo er schon kompliziertere Arbeiten verrichten darf. Die höchste Stufe der Karriereleiter ist das Amt des Hütten- oder Baumeisters. Er ist nicht nur der Vorstand der Hütte, sondern auch der Hüter des Hüttengeheimnisses, jener Kenntnisse, die für den Bau einer Kathedrale notwendig sind. Der Hüttenmeister gilt nicht mehr als einfacher Handwerker, sondern als gelehrter Mann, was ihm ein hohes Ansehen verschafft. Vor allem an den Portalen finden sich die Werke der Bildhauer. Die um 1145 entstandenen Westportale von Chartres gehören zu den frühesten gotischen Skulpturenprogrammen. In der Mitte ist Christus als Weltenherrscher dargestellt, umgeben von den vier Evangelisten-Symbolen Engel, Löwe, Adler, Stier und begleitet von den zwölf Aposteln. Die Skulpturen in den Portalgewänden verkörpern Figuren aus dem Alten Testament. In ihrer Starrheit wirken sie beinahe selbst wie Säulen. Ihre Körper treten kaum aus dem Block hervor, aus dem sie geschlagen wurden. Die Gewänder sind als dünne Linien in den Stein geritzt. Lediglich ihre Arme und Gesichter erscheinen plastisch ausgearbeitet. An den Gewändefiguren des Chartreser Nordportals, die etwa 75 Jahre später entstanden sind, wird die enorme Entwicklung in der plastischen Gestaltung deutlich. Es sind Figuren, die im Raum agieren, deren Körper als solche erkennbar sind und die sich fast völlig von der Säule gelöst haben. Dieser gestalterische Wandel ist Ausdruck eines neuen Menschenbildes. Dem Menschen, der lange hinter dem Göttlichen zurücktreten musste, wird wieder verstärkt Bedeutung zuerkannt. Möglicherweise sind die Wiederentdeckungen antiker Kunst ein Grund für diesen Wandel, entsprachen die antiken Darstellungen doch eher den Empfindungen und Realitäten der mittelalterlichen Menschen. Noch ein weiterer Wandel prägt die Epoche der Gotik, der Aufstieg der freien Städte. Sie liegen häufig an wichtigen Handelsrouten, an Strassen oder Flüssen. Seit sie ihrer Steuerpflicht gegenüber dem Kaiser entbunden sind, können sie frei über die aus dem Handel resultierenden Einnahmen verfügen. Regensburg, um das Jahr 1200 die größte Stadt im süddeutschen Raum, wird 1245 zur freien Reichsstadt ernannt und erhält das Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Das Rathaus von Regensburg ist eines der am besten erhaltenen Zeugnisse des gotischen Profanbaus. Auch hier kommen die Schmuckelemente gotischer Architektur deutlich zum Tragen. Spitzbogenfenster mit gotischem Masswerk, Ziergiebel über dem Portal und über dem Ärger des Reichsaals, flankiert von den türmchenartigen Fialen und verziert mit knospenförmigen Krabben. Die Bürger- und Patrizia-Häuser der Stadt besitzen die typischen treppenförmig abgestuften Giebel gotischer Profanbauten. Auch die Patrizia-Türme von Regensburg, deren Höhe weithin sichtbares Symbol des Wohlstandes ihrer Besitzer ist, sind Denkmäler gotischer Baukunst. Während die Gotik in Mitteleuropa noch bis ins 16. Jahrhundert reicht, kündigt sich in Italien schon um 1420 die Renaissance an. Als Vorreiter gilt der in Florenz lebende und wirkende Maler Giotto, der seine raumfüllenden Figuren in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts malt. Welche Veränderungen die Kunst in der Renaissance erfährt, sehen Sie in der nächsten Folge unserer Serie Stil-Epochen. Die Macht des Wohlstandes Ex care in bandits Wohlstandes Wohlstandes Wohlstandes